ich weiß mal was hat er gesagt bga stappenbach soll das gras hin das jetzt so auf anhieb findet ich weiß ja nicht auch gehört im nachrichten für zwei wochen und 40 jährige denke ich mal in elfjährige eingeloggt in sein auto ich muss halt stelle ja man wo denn von hessen aber auch den namen habe ich nicht mitgekriegt überlegt mal das ist jamies alter weißt du das ist ja irgendwo war der ausgang ich glaube hier zwischen 54 und 58 da war der weg so wo ist denn jetzt der weg hin verschwunden ich glaube ich habe ihn gefunden ah ja 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 nein nein ja ich muss jetzt erstmal bremse ich muss jetzt erstmal die karte haben wo ist jetzt hier die bga stappenbach ach das ist wenn ich jetzt wieder komplett nach stappenbach reinfahre schönen guten morgen da bist du ja wieder ich bin ich bin auch wieder da ich habe deinen bulldog genommen und dann anhänger auf 47 jo passt ok ich glaube ich habe die richtung weil ich habe die falsche äh ach Byron du hast die falsche Gabel ja hey Byron wie hast du das gemacht warte mal ich helfe dir mal zeig mal komm mal her schau mal aus zeig mir Meister komm mal her mein Bub komm mal her mein Bub ich zeig dir das mal ich geh mal her bei mich ich geh mal her bei mich man kann sich Leben ja auch schwerer machen als es ist so ach der nimmt die automatisch auf an cool drei stück auf einmal die haben so zauber Gabel ja ja hier die 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 Cheater hm da hast du noch so ein gabel er am hof steht noch eine da wo du die andere auch her hast so bis jetzt befinde ich mich noch auf der richtigen route jetzt muss ich überlegen fahr ich jetzt wieder ich glaube ich muss hier runter nicht zu bga möchte muss ich hier abbiegen glaube ich die aufnahme gestartet ja natürlich natürlich alles wieder so wie es sein soll sicher sicher natürlich die gering oder haben ja ich habe die abfahrt verpasst komm raus band kommt was die abfahrt verpasst hat das ist ja nichts neues ist allein ist machen wir zu der wendung alles klar kennt ihr schon ich glaube ich muss nämlich hier im ort da nun erfahren nach bayern bist du kommst habe ich schon die ganze salade ja alles entspannt mit der seite verkehrte hier ich muss dann auf dann auf dann auf da musste auf aber hier oben lang fährt ach guck mal ja ich muss mal kurz hier zwischen stopp machen weil weil jetzt kommt es wieder drauf an ich bin jetzt bei der gärtnerei und die bga ist links rechts schleudersitz annika von der gärtnerei aus kommst du da nicht gescheit hin ich will ja nicht bescheid hallo 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 ingo meine leben der ingo ist dazu gestoßen den kennt ihr auch schon aus ein paar folgen feuerabend ich komm da nicht hin über die gärtner reise stellen camp wege führen nach rom zuerst wieder zurück wir kommen auch auf die map gut, wenn ich nicht über diese Möglichkeit hinkomme nehme ich eine andere Möglichkeit und fahre jetzt mal so dann müsste ich doch theoretisch die nächste abbiegen und dann komme ich direkt zur BGA das werden wir jetzt mal testen und die nächste ist das hier jetzt könnte er gucken den ja hier ist einer den Gabel was du hast das ist dasselbe was hier liegt warum kannst du nicht ankuppeln nein weil ich finde keinen gut wir sind jetzt einmal erfolgreich im Kreis gefahren Byron ja lass es ich bin gleich fertig ok wenn du willst kannst du sie auch aufladen kann ich naja warte moment jetzt ich habe die BGA gefunden ich komme nur nicht rein also wenn du an die Balle ran fährst wird er automatisch aufgenommen und dann wenn du alle drei abladen willst drückst du Y ok jetzt häng ich wieder in so einem blöde Barm wäre die falsche Idee drin irgendwo wird mich dieser Feldwegle hinführen um die BGA herum diese auch wenn das ein bisschen länger dauert Ben das ist die Tatsache es geht nicht um einfach es geht einfach darum überhaupt anzukommen ach ja aber ich habe sie gefunden ja gut ich wäre echt stolz als ich auch nicht mehr naja ich bin doch noch Wunder was ist los um nix ich bin doch noch Wunder habe ich gesagt ach so ja 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 ich glaube ich muss jetzt erstmal kurz fix es tut mir auch leid dass ich das jetzt während der Aufnahme machen muss ähm raus tappen ich muss den Ingo mal ein bisschen lauter Y gesagt ja da musst du stehen und das muss alles auf dem Boden sein so es muss ja alles base gell ihr Leute anderen Leute sagen mir meine Damen und Herren what ich sag das nicht der Ben macht's nächste Mal die Anmodi jo meine Freunde was geht ab hier ist wieder euer Black Sheep am Start ja nee ist klar ähm wieso habt ihr das Seeschar eben erst seid danke Ingo vielen Dank seid ihr Synchro seid ihr eigentlich ganz dicht das Silo war da noch gar nicht voll warum habt ihr das zugemacht alter Schlag gucke mal hier bei schön Silo das Seeschar eben erst ich habe mich da so abgeschafft und habe das glatt gebügelt mit ja eine wirklichen scharfkantigen Eckfalde nichts jetzt macht ihr das halb zu wieso ist denn das Silo da sitzt der hier und grinst der Ingo sitzt hier und grinst ja das hat was ist doch ne ja aber was ist noch ne wieso ist das Silo zu keine Ahnung hat der Ingo zugemacht na soll ich das jetzt in das eine angefangene oder wo willst das hin haben Chef ja ne was macht denn ihr jetzt da 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 wo was war das jetzt Ben in dem eine Silo ist ein kleines Häufchen Gras oder was auch immer soll ich ein neues anfangen oder wo willst du das hin haben springst du an die Palze unter dein Bettdecks magal schütt ich dir ans Bett das gemäht Gras ein Augeblick ein Augebrick ein Brick was macht ihr denn ihr liebe Leute wir sind am Meer am Meer hier wo soll das Gras hin die Balle hier ist hast du alle schon Piran ich hab vier Reihe drei hoch also es liegen keine Balle mehr auf dem Feld so doch ja alle drauf alle drauf alles drauf ok ok sechs Reihe Basis drauf auf ops mein Lenkrad ist ja fort und barracks das ich will bis lock , bis hier bis 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 zum nächsten Mal.